Hallöchen liebe Freunde, hier ist wieder euer Drowney und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary. Ja, was haben wir hier? Schlachtung? Ne, das ist ein wie immer schönes PG. Rate ihn klein eigentlich. So, erst wieder einstellen. Ganz ein Kreml jedes Mal aufs Neue. Ne, ja, dem noch ein Augessturm. Was ist Augessturm? Ja, war ganz gut. War spaßig. So, schauen wir, was hat sich geändert? Ja, ich habe mal wieder ein anderes Mockset. Das ist die K-10er, ne, die K-25HC war es glaube ich. Aus ICC und die Schultern sind aus Sunwell. Und Kalimdurstware und komische Umhage. Keine Ahnung. Oh, fressen. Vielleicht mal Zeugs hier holen. Moment, gähnen. Ja, das neue Ritual, ungewollt, bleibt irgendwie erhalten. Kriege ich nicht los. Oh, scheiße. Ja, das ist dann. Package da mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na, die werden wahrscheinlich zusammen spielen. Das könnte ein scheißschweres PG werden. Egal. Hat sich was geändert in der Art? Ähm, ja, ich habe die Progniziple mal einfach wieder drin. Ähm, da ich ja eh mit göttlicher Bestimmung spiele, was ja eh random mit größten Teilzes passt das eigentlich ganz gut so. Time geht ja trotzdem. Und ich habe wieder die Glyphel moment der Herrlichkeit drin. Ich lege, ob ich die Bubble-Glyphel mal reinmache. Ich weiß irgendwie nicht so. Keine Ahnung. Ich müsste spekulieren. Das ist halt immer... Ich mag halt passive Sachen. Das ist halt mein Problem irgendwo. Oh. Aber gut. Das ändert sich ja nicht. Nur mal gehen. So. Gut. Man geht natürlich immer zu Wasserwerke. Taktik ist eigentlich immer die gleiche. Man nimmt sich hier die Mine und dann geht man zu Wasserwerke, beziehungsweise die Allianz geht Leuchtturm und geht dann Wasserwerke, weil man einfach das Problem hat, wenn wir jetzt zu Leuchtturmen rüber gehen. Also, hier rüber dann noch. Ähm, wir spawnen hier nicht. Die Allianz spawnen gleich hier. Und hier spawnt erstmal niemand. Okay, da splitten sich schon ein paar. Da kommen sie alle rüber. Okay. Ich muss mal Standarte stellen und gleich mal Wall ab. Scheiß hier. Wall ist jetzt ab. Ah, direkt ein Stunt. Jetzt sehe ich. Ah, jetzt geht das gar nichts. Ah, hier Stunt. Nochmal Bubble. Eule kicken. Was kriegen wir denn da? Da ist ja die Cake. Machen wir da hin. Scheiße, das wird nichts. Das sehe ich jetzt schon. Die müssen wir irgendwie am Leben halten. Das wird auch nichts. Das ganze Knicken. Dann kriege ich mal ein Stunt. Mal ein bisschen Schaden wegen dieses Geursachen. Aber wenn die fast nochmal gehen würden. Ah. Da fehlen die Leute. Tja. Was passiert, wenn die Leute sich splitten und nicht von Anfang an alle mitkennen? Wir waren nämlich dezent in der Unterzahl. Da kann man natürlich nichts gehen. Ich könnte jetzt fressen, aber mache ich nicht. Sortiert. Ähm. Gut, okay. Hier sind schon mal zwei. Gehen wir mal an die Decay hier. Was soll man sonst machen? Komm. Ist gleich meinst du mein Freund. Jetzt stirbst du gleich. Den lässt du bitte am Leben. Und stirbst halt jetzt. Gib auf den Brett. Rogue ist da. Da ist die Bubble. Da ist der Rogue. Da ist dann. Wo die Kugel. Wo der nichts macht. Pally kriegt ein Stunt. Heal. Der stirbt jetzt. Der stirbt jetzt auch. Mit Ansage. Jetzt ein Heal. Ich krieg meinen kleinen Heal. Ich muss ja echt Spaß haben. Voll auf Ausdauer gehen. Also sprich zwei Ausdauer Hinsignen anziehen. Ja. Jetzt müssen wir mal. Egen LT. Da sind schon viele. WB. Von wegen. Da sind alle. Ja. Da müssen wir auch alle gezielt hin. Okay. Das wird meine Zeit. Scheiße. Nein. Jetzt habe ich eine Zeit auf mich verschwindet. Ja. Das wird nix. Wohl. Hier sind jetzt alle. Ah. Ne. Doch nicht so viele. Ja. Schön Leute. Ihr müsst daherkommen. Können wir jemanden umhauen. Age vielleicht. Nö. Aber die Eule vielleicht auch nicht. Schami inline. Priest ist dann. Schami wieder. Gehen wir doch Priest. Inline. Doch nicht. Inline. Wenn sie. Ah. Der Mage will es wissen. Inline. Heißt dann. Nein. Hier muss da irgendwas dauern. Wohl ist es dann. Die Schami. Sollte er doch gekickt. Können wir den hier hochkriegen? Nein, nicht mehr. Vielleicht kriegen wir den Schamil diesmal down. Nein, dann können wir es auch lassen. Dann können wir auf den Mage gehen. Oh Gott. Nee, das wird nix mal. Das ist ein Opfer rum. Letzter ist ein Opfer rum. Was geht es dann? Ein bisschen Schaden. Feuille. Hand auf links aus. Das ist jetzt Schaden anrichten. Killing Spree. Geht doch. Wir wollen aber die Tassen nicht, also... Irgendwas stimmt doch nicht so. Inline. Stun Wallace ab CD-Synabi. Noch mal ein Stun. Aber Priest sterb doch einfach. Ich sterbe jetzt gleich. Ha. Ich hab den Affen eigentlich vor halb gekickt. Na? Drecksack. Zeit, was das Zeug hält. Ich krieg ihn halt auch nicht irgendwie nicht tot allein. Na, Zeit jetzt? Äh, jetzt schon. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Na gut. Ordentlich halt, ne? Von allem. Ja. 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 Ich werde ihn nicht geben. Nein, ich werde ihn geben. Ich hab einen Stun, mein Freund. Ja. Ja. Wie wäre es besser? Ja, das könnte ich nicht geworfen, was hier los ist. Tö, das ist echt cool. noch ein zahn noch ein zahn ist in line ich hab immer schön verteilt sparen der saad rein schmierer def-zettel Jetzt wollen wir das wissen, dann werde ich nicht lang standhalten. Kann ich gegen? Arschloch! Stirb! Stirb! Agento! Scheiß Priest! Stun! Oil inline! Ist dann! Na, ah ist dann! Richtig gekickt! Wall is up und stirb! Redshot inline! Feuer! Wenn ihr backpedalt! Dominating! Jetzt nochmal vielen vielen Dank an den Heal! Extrem geil! Komm Herr Priest! Und der ist auch alles andere als schlecht! Also mal lieber schaden! Also vielen vielen Dank an die Heilung eben! Für die die dieses Video schauen und davon dann derjenige sogar waren! oder diejenigen! Vielen vielen Dank war extrem nice! Okay der ist oben! Ja, aber chill kostet nicht viel! Komm! Das ist Quatsch! aber die haben wir nicht nicht ordentlich sicher ist gerade richtig scheiße was ein abstand aber den haben wir im ordentlich auf die zwölf gegeben das waren hier zwei gut die wespe den kenne ich doch hallo wespe du hast mich glaube ich ziemlich gut geheilt ja so viel vielen dank hallo nütik ich bin so dumm und schlag aber die ganze bleibst du jetzt habe ich darauf geachtet nein ich hole ich mir kommt gleich der block zwei heilbriefste ich habe anscheinend beide durchgebraucht bis zum geld nicht mehr was der red ist noch da oh ein vario oh geil Ja, das war's. Affe, mein Brock läuft aus. Natürlich will ich jetzt. Oder den da zuerst. Junge, du weißt schon, dass dein Hai da irgendwo dahinten ist. Und du jetzt einen Himmel gefressen hast. Der ganze Idee ist angeschmissen. Nee, doch nicht. Da, der Krieger will sterben. Nein! Oh, just, f***t euch. Was geht's dann? F***t der Ritter wie jetzt auf die 12. Ja, haben wir gewonnen. Boah, scheiße, das war ein cooles Game. Hätte ich überhaupt nicht gedacht. Also um Gottes Willen. Oh Gott. Also nochmal vielen, vielen Dank an die Heiler. Die haben ja hier... Gut, alles Priester. Die haben ordentlich geheilt, mein Liebeschwan. Dass ich das nochmal an 10, 18 Mille. Also das hat man selten in WGs. Bei der auch nicht schlecht. Ich glaube, das war auch der einzige Heiler. Der hat übel geheilt. Der hat mal nicht tot gekriegt. Ah, der Damage. Ah, der Unterschied. Ja, mehr als das dunkle 2. Boah. Heiliger Strohsack. Das war aber jetzt eigentlich gewonnen. Ich glaube schon. So sehr ins Kämpfen vertief. Ich hab' gar nicht geguckt. Ja, gewonnen. Ach, ne. Crap. Heiliger Strohsack. Das wollte ich daran haben. Jetzt muss ich eigentlich mal reingucken. Ach Gott, ach Gott. Ja, okay, gut. Die ein oder anderen Zahlen sind jetzt auch nichts Neues. Ja, okay, mit dem Proc-Teil kommt das... Ja, gut. Overall. Ich hab' einen TPS gehabt. 24 für den Red ganz gut. Nicht schlecht. Gut, ja. Vielen Dank, also in dem Sinne. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn was sein soll, ab damit in die Kommentare oder auf Twitter. Wie gesagt, am aktuellsten irgendwelche Infos oder so. Falls was verschoben wird oder ausfällt, kriegt ihr natürlich auf Twitter mit. Wenn natürlich was sein soll, ab in die Kommentare oder auf Twitter. Bla, bla und so weiter. Kennt ihr ja alles. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss.